Haha, was ist das denn? Soll man ja da kicken oder was? Ja, sicher. Warte mal, ich will jetzt mal noch kurz gucken. Training, Sacken, nee, T-Shirt. Was ist das denn? Hemden? Das sieht irgendwie auch nicht so schlecht aus, aber da würde ich halt lieber irgendwas... Mit so einem Pullover unten drunter sieht auch scheiße aus, hab ich schon gerade so überlegt. Haha, ja, geil. Ah, ja, gibt's ja nur Scheiße irgendwie. Polo-Hemden, was denn das? Naja. Es gab doch auch irgendwie Geschäftshemden. Pink, ja, natürlich. Lachsrosa, hm, geil. Anzugwesten. Irgendwie finde ich das alles nicht so geil. Können wir uns ja mal hier so einen Sakko kaufen, aber ob wir das wirklich brauchen hier, kaufen wir es uns einfach mal. Jetzt brauchen wir natürlich noch irgendwas, was man drunter zieht. Ich bin da ja immer sehr bewandert, was das angeht. Und zwar nicht. Ah, hier, Level, boah. Warum kann ich dieses Scheiß-Tel, den ich, den erst mit Level 66 anziehen? Das ist doch hier einfach nur grandiose Verarsche. Boah, Anzugwesten. Sieht mal sowas hier drunter? Ne, ich glaube nicht, oder? Das ist irgendwie alles scheiße aus. Geschäftshemden. Gibt es das auch in weiß oder so? Weiß. Ja, hier sind wir wieder Mr. Cool. Gibt es hier vielleicht noch irgendwo so eine Krawatte oder so? Na, wobei, erstmal ja... Ne, Jeans. Anzughosen. Warum habe ich überhaupt meine Flipflops angezogen hier, gell? Boah, die Anzughosen gibt es ja auch sehr viel Auswahl. Hä? Gibt es hier nicht mehr? Nur diese Scheiß-Anzughosen gibt es? Aber ich fühle mich verarscht. Ich fühle mich diskriminiert. Das sieht irgendwie scheiße aus. Irgendwie sieht ja alles von Anzughosen scheiße aus. Ich glaube... Thornhosen, ne. Das ist ja auch alles sehr, sehr interessant. Wir ziehen einfach mal hier so ein... Das... Ja, schönen Strand hier und so. Kostet ja nix. Ähm... Genau so rein mal rum. Natürlich nicht. Jetzt muss man noch... Gibt es ja nicht irgendwas von Strand auch noch irgendwie so ein... So ein komisches Strand-T-Shirt. Wie sind das diese Strand-T-Shirts? Erstmal muss ich dieses komische Ding in hier ablegen. Ähm... Sackos. Kein Sacko. Genau. Nein. Jetzt noch T-Shirts. Ach da... Ne, das gehört, glaube ich, jetzt alles hier zu... ...zum neuen Update. Ist aber alles sehr interessant aus. Rennen wir so einfach mal rum, habe ich gehört. Ja, ich bin mir nicht so sicher, was da jetzt besser passt. Eigentlich passiert jetzt gar nix, aber wir ziehen jetzt einfach mal das Teil an. Und rennen wir so ein bisschen im Strand-Outfit rum. Sag mal, wie rennt denn der? Als ob er behindert ist. Habe ich hier nicht mein Auto geparkt? Ach nee. Das war das Auto von Lugitoni. Natürlich. Hallo. Dein Auto ist jetzt mein Auto. Brüderlich teilen, schwesterlich bescheißen, ne? So muss das sein. Was? Boah, ich glaube, dieser Schweinepriester da hat das Auto kaputt gemacht. Ohoho, da kommt er angeschissen. Oh, kann... Ach nö, scheiß, die Wand an. Ich habe jetzt nicht mal irgend... Och man, jetzt wo gerade das Auto hier steht. Hammer ärgerlich. Komm, ich steig bei ihm ja mit ein. Einfach weil ich es kann. So. Hallo. Jörgmann, mir wäre das eigentlich mal ganz lieb, wenn wir zu ihm fahren und da uns so ein schickes Strand-Buggy-Auto gedöhnt zu holen. Weil ich kann mir nicht mal so einen Strand-Buggy kostenlos holen, weil ich habe ja keine Garage. Wir können ja währenddessen er da hinfährt. Ne, kann man nicht, weil er ist sowieso gleich da. Wobei, wir machen es jetzt einfach eiskalt. Und zwar... Hier. Ich wollte, wenn dann, irgendwas hier so haben. 33.000 kostet das bloß? Alter. Na gut, bloß für zwei Wagen, das kann... Dann kann man sich das ja auch schenken. Das hier kostet 34 und hat auch bloß zwei Wagen. Ich will aber hier nichts irgendwie in der Pampa haben oder so. Das hat wie viel zwei Wagen? Ja, luxuriös. Was ist da los? Wir können ja einfach mal wieder rumscrollen. Zehn Wagen? Na, kostet ja auch bloß 120, ne? Boah, da habe ich ja kein Geld mehr für ein Auto. 100... Na, das... Das ist schon eher hier überlegenswert, aber... Wir gehen hier erstmal raus. Hallo? Sag mal, kann man... Da geht sich die ganze Zeit so in den begückten... Äh, begückten... Haha. Gebückten... In der gebückten Position. Ja, jetzt habe ich es hin gekriegt. So, ich will mit diesen schönen Aut... Ich dachte gerade, hier hat sich irgendein Auto bewegt. Ich will mit diesen schönen Auto hier bitte fahren. Hallo? Ja, bitte. Bitte? Nein, nöte halt nicht. Alter, er hat hier ein Fahrrad, aber... Bei den Fahrrädern finde ich halt ziemlich kackiges, dass er mit seinem hier zwar schnell unterwegs ist, aber... Ja, ich will damit fahren. Bitte, bitte, bitte. Komm. Dass er damit zwar schnell unterwegs ist, aber... Er halt damit nicht springen kann, also... Irgendwie mal über so eine kleine Mauer da hüpfen... Der ist halt nicht. Gebet nicht. So nicht. Und das ist halt irgendwie so ein bisschen scheiße, wo ich die Erfahrung halt schon machen musste. Geil. Warte, ich hab mein letztes Mal schon diese Rede gehalten. So, und wir fahren jetzt erstmal ganz gechillt... Zum Strand. Weil wir haben Strand-Outfit, wir haben Strand-Hosen, wir haben Strand-Tops, wir haben Strand-Flip-Flops, wir haben Strand-Auto. Jetzt fällt eigentlich nur noch der Strand. Ah, Alter, was hat denn das Auto für eine Lenkung? Da kam ich ja mal gar nicht drauf klar. Ich finde diese Reifen hier übrigens geil, diese... Dass er immer mitdreht. Aber ich glaube, das kostet doch irgendwie so 25.000 oder so, damit du da ein bisschen Schrift drauf hast. Aber es sieht halt richtig geil aus, meiner Meinung nach, also... Hat schon was. Ich will euch heute mal nicht mit Tennis hier langweilen. Das hatte ich schon oft genug gemacht. Aber so ein Tennis-Turnier, was heißt denn oft genug? Ich hatte es einmal gemacht. Das eine Mal hat mir auch gereicht. Das ist, glaube ich, irgendwie so eine halbe Stunde oder eine Stunde lang. Nur Tennis gespielt. Wirklich nur Tennis. Das war nicht zum Aushalten. Also es war echt langweilig noch. Warte mal. Wir fahren jetzt hier lang. Ich kenne mich zwar hier gar nicht aus, aber wir fahren jetzt hier lang. Ach doch, wir f... Warte mal, wir fahren jetzt mal. Scheiße. Erstmal, dass wir das Schild umräumt. Wir fahren jetzt erstmal hier hin. So. Denn... Da... Ach ne, weißt du, wenn er jetzt schon wieder hier aufmuckt, ne? Dann geh bitte aufs Maul. Und genau dafür, ne? Ich habe zwar noch keine Haftbomben freigeschaltet, womit ich die Autos kaputt machen könnte. Aber wenn ich die irgendwann mal... Oder habe ich die? Ne, ich glaube nicht. Ich habe Tränengas oder so vor kurzem, glaube ich, freigeschaltet. Aber wenn ich halt irgendwann mal Haftbomben freischalte, ne? Da kassieren die alle. Alle. Außen natürlich, die, die hier... Jetzt in meiner Crew und in meiner Freundesliste sind. Aber sonst kassieren alle, die mich natzen. So, erstmal grandios hier überall vorbeifahren. Und ich wette mit euch, das kennt ihr noch nicht. Wenn ihr es kennt, dann tut zumindest so, als würdet ihr es nicht kennen. Ja, war da gerade ein Fallschirm oder so? Oh, sorry, das tut mir jetzt leid. Nein! Ach, da war ein Fallschirm. So, warte, ganz kurz. Oh, doof. Danke. Ah, ist schön. Ich darf hier wieder hin. Wunderbar. Aber so weit will ich sowieso nicht mehr damit fahren. Ich will eigentlich nur noch dorthin da. Ich glaube, so ein Strandbuggy werde ich mir auf jeden Fall kaufen. Vor allem der Spoiler sieht hier, finde ich, ganz gut aus. Nicht wie bei einigen Autos, wo das einfach nur überall scheiße aussieht, sondern hier sieht es eigentlich ganz gut aus. War das hier? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Warte mal. Ich glaube, das war doch hier irgendwo. Genau. Hier hinten warte ich. So. Ich weiß jetzt nicht. Ne, hier will ich gar nicht runtergehen. Ob man hier einfach so... Ne, hier kann man nicht einfach so hoch. Das heißt, wir müssen uns mal kurz so ein Auto krallen. Aua! Immer diese... Aua! Immer diese Schweine so, ne? So, komm, geh mal her. Ah, ich will dort... Ja, Kollege! Der rammt mich auch nicht so. So. Und zwar muss man jetzt einfach nur hochklatschen. Oder hochgehen. Ja, gut. Hätte ich das Auto mir ja auch sparen können. Nein! Dann, das ist natürlich jetzt so eine Sache. Das dauert jetzt eine Weile. Aber, wir haben es geschafft. Lol, was ist denn das jetzt? Hä, irgend... Lol, er ist ja ein Noob. Und hier kann man halt jetzt hochgehen. Und dort oben ist jetzt so ein... Ich sage jetzt nicht, aber... Gibt es halt manchmal so eine Waffe. Habe ich schon öfters mal gesehen. Manchmal ist sie da, manchmal ist sie nicht da. Vor allem in Flipflops hier hochrennen. Ne, das ist... Genauso muss das sein. Komm! Du kannst das! Ich weiß das doch. Komm! Schneller! Ich weiß zwar jetzt nicht, ob das auf der Brücke ist... ...oder ob wir da noch eins weiter müssen. Na, komm, wir laden jetzt einfach mal ganz gechillt hier hoch. Kommt er hier hoch? Ne, ne? Ne, ich glaube, der lümmelt dort unten immer noch so rum. So. Also entweder halt hier, wie war es nicht so aussieht. Ja, er ist gestorben. Er ist bestimmt dort einfach mal falsch runtergesprungen. Aber wir haben ja jetzt auch einen Fallschirm aufgesammelt. Ich habe mir ja bisher noch keinen gekauft, was ich irgendwann auch mal nachholen muss. Aber bisher ist mir der einfach noch zu teuer. Also, ich hatte ja mal, glaube ich, mit dem anderen Charakter 800k oder 750k oder irgendwie so was. Und das habe ich natürlich alles auf den anderen, weil ich mit dem halt hier kein Geld verliehen wollte, falls ich mal irgendwelche Leute da töte oder so. Und, oder halt deren Autos töte, wie man es auch mal nimmt, ne? Und auf jeden Fall habe ich halt deswegen gar kein Geld gehabt. Und ich bin mir noch am überlegen, ob ich mir überhaupt so ein Apartment für über 200.000 kaufe. Weil momentan, ehrlich gesagt, lohnt sich das ja noch gar nicht. Weil, wenn man sich mal so anguckt, wir haben da hier dieses, diese Banküberfälle, die sind noch weit entfernt. Also, es hieß zwar, dass sie jetzt reingepatcht wurden, hatte Hanni mal gesagt, dass man da halt 200 Jobpunkte sich holen muss. Also, durch diese Jobsrennen, was auch immer. Aber, das hat irgendwie nicht so funktioniert. Und, seitdem, ich weiß nicht, ob das noch eine Weile dauert oder was da halt los ist. Aber, es ist auf jeden Fall noch nicht so weit, dass man da irgendwas machen kann. So, und hier. Gibt's jetzt wieder nix, oder? Oh, so eine Scheiße, ey. Ich dachte eigentlich... Nein! Nein! Lol. Wie kann man sich denn so hier runterlacken? Okay, da hatte ich das Glück gehabt, dass ich nicht gestorben bin. Ich wollte eigentlich bloß gucken, ob's dort oben irgendwie hier so ein... Ich kann ja mal erzählen, was es dort eigentlich gibt manchmal. Da gibt's normalerweise so einen Raketen... Äh, nicht Raketenwerfer. Sondern so ein Raketenwerfer. Granatwerfer. Da gibt's normalerweise so einen Granatwerfer. Womit man halt dann ganz gechillt da Granaten werfen kann. Hä, was ja gar nicht logisch ist oder so. Auf jeden Fall... Es ist halt ganz lustig, weil man da mit den... Ähm... Granaten da ganz gut da mal ein paar Leute runterholen kann. Oder halt... ...bisschen beschäftigen kann, ne? Sag'n wir mal so. Sag'n wir mal so.